Heute tragen wir den Blumentopf zu Grabe, so mit 7.000 anderen Leuten. Das ist natürlich schon auch ein krasser Moment. Zum aller allerletzten Mal in München seid ihr fünf! Heute geht es ja irgendwie darum, nochmal sozusagen das zu feiern, was wir da hatten und was wir da bis heute haben. Heute spielen wir noch eigentlich mit, unsere größte Soloshow überhaupt in München, in unserer Heimatstadt. Das wird total krass emotional sein, auf jeden Fall. Aber was es dann letztendlich bedeutet, das wird wahrscheinlich uns erst, oder wir zumindest, erst hinterher klagen. Also es ist kein Tag wie jeder andere, auf gar keinen Fall. Du Wetter! Du Wetter! Du Wetter! Du Wetter! Du Wetter! Dass wir überhaupt nach 24 Jahren dann hier stehen und so einen Abschluss feiern. Ich freue mich auf die Show. Ich bin heute aufgestanden. Wetter ist gut. Das ist so ein guter Tag für eine Beerdigung. Hallo München! Könnt ihr mal da, morgen sehen wir, was das geht? sealed 忍 Untertitelung des ZDF, 2020